tommy machalke das bettsofa snap leder bull red abgesehen davon dass wir hier einen ganz tollen schön hohen sitzkomfort ordentlich fest haben versteckt sich in diesem wunderbaren stück hier sie sehen ich bin am äußeren ende ja und so lässt sich also aus diesem wunderschönen sofa auch gleich mal ein bett zaubern und das gute ding natürlich auch genauso schnell wieder aufgeräumt ja eine richtig tolle technik ich würde mal sagen also damit sind sie mal bestens ausgestattet mehr wie ein zimmer brauchen wir nicht wahr ja da würde ich sagen schlacht zu einmal haben wir das gute stück kommen machen wir noch einen kleinen flug auf das feine teil ach hier guck mal voll durchgeledert und alles in knallrot ja so richtig schöne für ferrari rot ja auch für die geste von hinten schön alles rot war ja da bleibt nur eins bei diesem heißen stück hier heiße krumm füße ja guck mal freistehend ne ja und diese nähte sauber von hand gerade nähte also nicht wie aus dem fernost shop war also einmal vorhanden schlag zu